Das Tagesgeldangebot der Konsorsbank bietet aktuell eine der höchsten Verzinsungen in Deutschland. Aber wie gut ist das Konsorsbank-Tagesgeldkonto wirklich? In diesem Video zeigen wir dir alles, was du wissen musst. Die Vorteile, aber auch die Nachteile. Wir sagen dir, wie sicher das Angebot ist und welche Besonderheiten es gegenüber anderen Tagesgeldkonten hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Legen wir los. Die Vorteile vom Konsorsbank-Tagesgeldkonto Vorteil Nummer 1. Hoher Zins. Die Konsorsbank hat ihren Tagesgeldzins in den vergangenen Monaten immer wieder erhöht und gehörte damit immer zu den am attraktivsten Verzinsten Angeboten. Auch aktuell bietet die Konsorsbank mit 2,1% per annum einen überdurchschnittlich hohen Zins. Unter dem Video findest du einen Tagesgeldvergleich, in dem du den Konsorsbank-Zins mit anderen Angeboten vergleichen kannst. Vorteil Nummer 2. Zinsgarantie bis 12 Monate. Der Zins wird ohne Bedingungen für 6 Monate garantiert. Wenn du auf dem dazugehörigen kostenlosen Depot einen Wertpapiersparplan mit mindestens 10 Euro monatlich besparst oder innerhalb der ersten 4 Monate nach Kontoeröffnung Wertpapiere im Wert von mindestens 1000 Euro kaufst, verlängert sich die Dauer für den erhöhten Zins auf 12 Monate. Mit dem Konsorsbank-Depot kannst du 6 Monate lang für nur 95 Cent Ordergebühren Wertpapiere über den Handelsplatz Tradegate handeln. Außerdem stehen dir dauerhaft ca. 370 ETFs für 0 Euro Sparplangebier zur Auswahl. Wird der Zins während deiner Zinsgarantiezeit erhöht, erhältst auch du den höheren Zins. Bei Zinssenkungen wird dein Zins beibehalten und nicht gesenkt. Vorteil Nummer 3. Erweiterte Einlagensicherung. Dein Guthaben auf dem Tagesgeldkonto der Konsorsbank ist durch den französischen Einlagensicherungsfonds bis zu 100.000 Euro gesichert. Außerdem ist die Konsorsbank über die deutsche Niederlassung der BNB Paribas freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds Deutscher Banken e.V. Damit bietet das Konto eine zusätzliche Absicherung von 90 Millionen Euro je Kunde. Dein Geld ist hier also sehr sicher. Vorteil Nummer 4. Auch für Minderjährige. Bei den meisten Banken wird das Tagesgeldkonto nur für Erwachsene angeboten. Das Tagesgeldkonto der Konsorsbank können auch für Kinder und Jugendliche eröffnet werden. So ist der Sparerpauschbetrag des Kindes nutzbar und die Anlage gilt als mündelsicher. Vorteil Nummer 5. Steuereinfachheit. Für das Konsorsbank-Tagesgeldkonto kannst du ganz einfach einen Freistellungsauftrag einrichten und damit den Sparerpauschbetrag nutzen. Bei Tagesgeldkonten in anderen europäischen Ländern musst du deine Zinserträge in der Steuererklärung Anlage KAP angeben. Mit einem Konto bei der Konsorsbank ist das nicht nötig. Sind deine Zinserträge höher als der Freibetrag, wird die Abgeltungssteuer automatisch abgeführt. Vorteil Nummer 6. Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. Eine weitere Besonderheit beim Konsorsbank-Tagesgeldkonto ist, dass es auch mit einem Partner als Gemeinschaftskonto geführt werden kann. Vorteil Nummer 7. Schnelle Verfügbarkeit und hohe Flexibilität. Du kannst jederzeit Geld vom Tagesgeldkonto auf dein Girokonto auszahlen lassen. Vorteil Nummer 8. Es gibt keinen Mindestanlagebetrag. Es gibt keinen Mindestbetrag, den du auf dem Konto haben musst. Die Verzinsung erfolgt ab dem ersten Euro. Vorteil Nummer 9. Vierteljährliche Zinsgutschrift. Deine Zinsen werden vierteljährlich ausgezahlt. So profitierst du vom Zinseszinseffekt. Vorteil Nummer 10. Maximale Anlagesumme ist sehr hoch. Oft gibt es einen Höchstbetrag von zum Beispiel 50.000 oder 100.000 Euro, für den der Höchstzins gilt. Beim Konsorsbank-Konto ist es 1 Million Euro, bis zu dem der Jahreszins von 2,1% gezahlt wird. Die Nachteile vom Konsorsbank-Tagesgeldkonto. Neben den vielen Vorteilen gibt es aber natürlich auch hier Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1. Zinssenkungen nach Ablauf der Zinsgarantie. 6 bzw. 12 Monate nach der Kontoeröffnung wird auf den Bestandskontenzins gesenkt. Der beträgt aktuell 0,3% per annum. Lohnt sich das Konsorsbank-Tagesgeldkonto? Dank der überdurchschnittlich hohen Verzinsung, der hohen Einlagensicherung und der unkomplizierten Abwicklung der Steuer ist das Tagesgeld der Konsorsbank sehr interessant. Dazu kommt, dass du es gegebenenfalls auch für Kinder oder Enkelkinder abschließen kannst, sodass auch sie ihren Sparerpauschbetrag nutzen können. Die 6 Monate, in denen du den Neukundenzins erhältst, sind im Vergleich mit anderen Tagesgeldkonten ebenfalls überdurchschnittlich lang. Üblich sind hier bei anderen Banken 3-4 Monate. Übrigens gehört auch das Depot zu den besten in Deutschland, so dass du ganz einfach mit nur einem Aktien- oder ETF-Sparplan die Zinsgarantie auf 12 Monate verdoppeln kannst. Einen Link findest du, wie immer, unter dem Video. Hast du noch Fragen zum Konsorsbank-Tagesgeldkonto oder einen Video-Wunsch? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.